Hallo zusammen, mein Name ist Mijen, ich mache zurzeit das KV bei der Branche Bauern und Wohnen und bin gerade im dritten Lehrjahr. Heute zeige ich euch mal meinen Berufsalltag. Meine Aufgabe im Betrieb ist es, Offerte für kleine Projekte zu erstellen. Dabei ist es wichtig, genau zu arbeiten und sich nicht zu verrechnen. Hier seht ihr mich an der Plantafelle. Dort koordinieren wir unsere Monteure und schauen, dass auf jeder Baustelle genug Monteure vorhanden sind. Damit man sich in den Sitzungszimmern, zum Beispiel bei der Firma, gut verständigen kann, braucht es einen guten Klang und dort helfen die Deckeplatten. Während meiner Lehrzeit hatte ich insgesamt 14 UKSK. Im überbetrieblichen Kurs wird uns branchenspezifisches Wissen vermittelt, wie zum Beispiel strategische Planung, fünf Phasen von einem Bauwerk oder Projektierung. So, jetzt haben wir mal einen kleinen Einblick gegeben, was ich so den ganzen Tag über mache. Wenn es euch gefallen hat, er werbelt euch in der Branche Bauern und Wohnen. Bis zum nächsten Mal. �